Diese Woche bei Hour of Power. Bobby Schuller predigt in der Reihe Lebendig über das Thema Lebenssinn. Gott ist für dich. Glauben bedeutet darauf zu vertrauen, dass Gott für sie ist. Wie können sie aber auf Gott vertrauen, wenn sie nicht daran glauben, dass Gott auf ihrer Seite steht? Gott ist für sie, auch wenn sie sich nicht gut genug für ihn fühlen. Lassen sie sich von Bobby Schuller ermutigen, ihr Vertrauen ganz auf Gott zu setzen, der auf ihrer Seite steht. Entdecken Sie Hour of Power, die beste Stunde im Fernsehen.